Uah! Kannst du wieder arbeiten? Klar! Die Welt braucht doch den weisen Coiffeur! Der starre Grasseur! Komm her! So, noch kurz zu merken lassen! Mampfen vor dem Krampfen! Du schaffst einfach zu viel! Denk an deine Work-Life-Balance! Du auch! Du hast nur Life! Schatzchen, weisst du, wir sehen uns nicht mehr. Heute kommst du sicher auch wieder spät! Also gut, dann mach ich heute halt Homeoffice! In Graubünden kann man nicht nur schöne Ferien machen, sondern auch leben und arbeiten. Informieren Sie sich jetzt auf graubünden.ch